Gern so oft, wenn wir im digitalen Raum es mit dem Thema Datenschutz zu tun haben, dann fällt der Satz, da werden ja Metadaten übertragen. Was aber genau sind Metadaten? Genau das möchte ich in diesem Video mal kurz erläutern. Metadaten sind Daten um ein Datum, um ein Ereignis oder um ein Produkt herum. Ich möchte das mal am Beispiel eines Fotos demonstrieren, was ich mit meinem Smartphone aufgenommen habe. Wir sehen jetzt hier einen Papagei auf einem Ast. Das ist der Bildinhalt. Und die Metadaten sind eben nicht das, sondern die Informationen, die Daten rund um das Foto. Das heißt, ich kann mir die auch in meinem Bildbetrachtungsprogramm ganz normal anzeigen lassen. Da sehe ich dann zum Beispiel Datum und Uhrzeit, wann wurde das Bild erstellt. Ich sehe, mit welchem Smartphone wurde es erstellt, welche Softwareversion war auf dem Smartphone installiert. Und auch in den Exist-Daten sehe ich die ganzen technischen Einstellungen. Also das heißt, die Blendenzeit, die Belichtungszeit, den ISO-Wert und eben die ganzen technischen Informationen rund um das Foto. Habe ich jetzt auch noch der Kamera den Zugriff auf das GPS-Modul auf meinem Smartphone erlaubt, würde ich hier auch noch sehen, wo das Foto aufgenommen wurde und könnte mir diesen Ort in einer Kleinkarte anschauen. Bezogen auf das Surfen im Internet, auch hier fallen Metadaten an, nämlich die Daten rund um die technische Konfiguration unseres Settings, also unseres Computers. Unser Computer hat, wenn er im Internet verbunden ist, eine IP-Adresse. Das ist eine Adresse, eine Zahlenkombination. Und mit dieser Adresse ist zum Beispiel auch eine Rückverfolgung auf unserem Anschluss über den Telefon- oder Internetprovider oder Anbieter möglich. Das geht nicht einfach so. Das kann man als Privatperson nicht einfach so machen. Aber es ist theoretisch und technisch auch für Behörden möglich. Genauso fallen zu diesen Metadaten an, was für ein Betriebssystem wir verwenden, was für eine Browserversion und vieles mehr. Wenn dich interessiert, was wir tun können, um eben im Netz auch etwas sicherer und auch geschützter und privater unterwegs zu sein, dann schau dir einfach hier mal einen Edu-Talk zum Thema Privatsphäre im Netz an. Den verlinke ich dann auch noch in der Videobeschreibung. Wenn wir in Videokonferenzen sind, gibt es natürlich auch Metadaten. Das heißt, die Daten rund um die Konferenz. Das sind eben nicht die Inhaltsdaten, das worüber wir reden. Die sind in der Regel dann immer verschlüsselt und auch privat. Aber die Metadaten sind eben das, was an den Anbieter auch übertragen wird. Also sprich, wie heißt das Meeting? Welchen Namen haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegeben? Wie lange sind diese im Meeting mit drin? Wann treten sie bei? Wann gehen sie? Sind sie über LAN, über WLAN verbunden und vieles mehr? Also die Daten rund um die Teilnahme an einem Meeting. Ich hoffe, ich konnte jetzt so ein bisschen Klärung auch verschaffen oder auch ein bisschen Unterstützung bei der Frage, was eigentlich Metadaten sind, so dass ihr jetzt auch das nächste Mal, wenn dieser Satz fällt, zumindest auch mal mitreden könnt und auch wisst, worum es hier eigentlich geht. Vielen Dank fürs Zuschauen in diesem Video und ich wünsche euch nochmal viel Spaß hier auf unserer Seite. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.